So, und damit weiter geht's bei Let's Play Return to Batman Arkham City. Bei den Kampagnenkarten von Riddler, wir haben Angriffsmanöver mit Schlägerheim, Lachkabinett, enthalte Station und Höllenturm. Ich wusste gar nicht mehr, dass es war erst Self-Kampf-Stealth und dann Kampf-Stealth-Kampf-Stealth zweimal. Mal schauen, was an die vierte bringt. So, was haben wir hier Gefahrenzone? Okay, Waffenlager werden aktiviert, finde ich, kann man machen. Verteilte Waffen gibt's also schon von vornherein. Mhm, mhm, weil Annäherungszündung, das ist halt echt brutal bei den Self-Sachen, weil er weiß ich halt nicht, ob ich das brauche oder nicht. Die heben wir uns auf, so was Späteres. Aber sowas von, ne, ich mach euch verplattet, ihr passt unter die Tür durch. So, guckst du so? Nein, das war falsch. Oh, der wollte ich schon nicht öffnen, ich hab's genau gesehen. Ach, natürlich, natürlich, natürlich. Greife ich ausgerechnet den einzigen Typen an. Du solltest abhauen werden, Mann! Das wird sehr weh tun! Kannst du mal den Gatner, dem auslachen? Ich hätte eigentlich gerne seine Waffe demolieren sollen. Nee, egal. Zwar keine perfekte Free-Flow, aber dafür bin ich nie getroffen worden. Oh, komm schon. Bring it! Ich hab alles mal das Gefühl, der Bramowitsch-Typ muss ich... Ach, scheiße, was ich schon mal... Der Bramowitsch-Typ muss da nicht kommen. Wenn ich irgen mich so abfahre, das geht ja nicht. Ach, guck mal, was ist denn das? Was ist denn das doppelt? Die Hunde ist scheiße. Dabei ist Shogas Lackkabin echt eine geile Map, um hier Punkte rauszuholen. Warum? Warum? Ich hab gelenkt, dass du die Waffe zerstören sollst. Was ist denn mit dir los? Die Runde war echt scheiße, Alter. Ich hab ja nix gekriegt an Punkten. 2000 Punkten oder so. Sucht ihr Streit, könnt ihr haben. Up, up. Uh, dann hat er... Könnt ihr euch mal... Wow, wow, wow. Ich bin knackig. Up, up. Na, also. Irgendwer will schießen. Nee. Warum müssen wir die Kompoblösen? Die Kompoblösen ist drin, aber scheiße war es. Immer unschen hin. What? What? Das wird ne unangenehme Geschichte. Da ist doch ne Bramuthi, ich wusste es doch. Ja, wir kommen 7000 Punkte. Das soll easy sein. So natürlich nicht. Du siehst stark aus. Aber du bist nicht dann. Du siehst dich, mich mit einer Hand. Du siehst dich mit einer Hand. So da, Anbatslo. Jetzt ist erstmal ein bisschen das Dynamo-Feld aufgehoben. Was willst du denn jetzt? Guck mal, schon geht der nächste wieder mit dieser Scheiß-Tür los hier. Du hast überhaupt keine Chance. Ach komm. Egal, ich hab hier schon 120.000. Und dafür, dass in der ersten Runde gar nichts ging. Und in der zweiten noch weniger. Ich hab schon wieder Scheiße geboren. Alter, ne? No. Ich hab schon wieder Scheiße geboren. Den war ne, Jakob. So, friss deine Tür. Das hat so viel Eisen. Ich muss mal mit meinen Haaren drauf reiten, ich muss den auch mal wieder trinken. Warum ist der so aufgedunsen? Ich habe das Gefühl, der ist schon wieder schlecht. Kann doch nicht sein. Guck mal, da steht Haltbarkeitssatz 2.6. drauf. Heute Aufnahme 16.5. Wenn der schlecht ist. Riecht immer noch gut. Und schmeckt auch gut. Okay, ähm, ja von mir aus. Das wird eine unangenehme Geschichte. So, Anschluss. Setze den Seilbefeind am Handlanger von einem Vorsprung zu stoßen. Ausstrahlen, weil das halt manchmal schief gehen kann, dann habe ich halt die Bonusmedaille. Erscheine aus dem Nichts, um am Handlanger zu überraschen und zu erschrecken. Schock gefrostet. Freeze. Schuss abgeben am Handlanger. Ausschalten, solange er eingefroren ist. Uns gehört Arkham City. Jeder, der anderer Meinung ist, kann uns mal. Guck mal, genau. Guck mal. Wenn ich bin. Ah, nicht nur die Geräusche Ah, nur noch ein Delft Sonst sind wir geliefert. Hier drüben, schnell, hier ist jemand. Komm, wach auf. Verdammt. Der ist bewusstlos. Was? Ich bin sicher, dass es von da kam. Zeig dich, wo bist du? Dann machen wir es halt so. Zerschrecken wir den noch. Obwohl, vielleicht kann ich beides machen. Was ist los? Das ist nicht. Du bist jetzt wohl meine Geisel. Glaubst du wirklich, dass du ganz allein gewinnen kannst? Es bewegt sich. Es ist nach oben. Bleibt wachsam. Es kann von überall her kommen. Was bist du, der Mist? Ach Mist, ich wollte nicht auf den fallen. Ich wollte den nur erschrecken. nur noch einer. Einer. Weg von mir! Verschwinde! Okay, ich recke die Hand, die ich geklappt habe. Na egal. Dann machen wir uns voll gut. Ich schubze ihn runter. Ich schubze ihn runter. Ich schubze ihn runter. Aha! Und den zweiten haben wir als Bonus bekommen. Ah ja, den dritten meine ich. Nicht den zweiten. Damit hätten wir alle neun. Ah ne, wir haben ja noch Kampf, ne? Wir haben nochmal einen Kampf. Ach, was, bin ich blöd. Ich hab mir gedacht, es wäre schon vorbei. Ah, das sollte er einfach sein. 2.000, 3.000 Punkte am Landtag. Ist heute nicht Abendschule? Also, dass ich das eigentlich hier mit der vermittelt und gesundheit machen kann. Egal. Dann kommen nur die Ninjas. Ja! Hey! Was triggert die mich? Hallo? Oh, ich hab doch gekontert. Was sind das? Ey! Aber nicht so schnell geht hier. Was sind das? Und da. Hätte besser gehen können. Ey man, bring it, bring it, bring it. Ich töte dich fünfmal. Das will ich sehen. Ich tue mir nie falsch. Ich bin mit Gold eigentlich im Bett. Ich war machen, gell? Was machen die? Ich tue mir. Nee. 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 Was? Hast du mich Blackman genannt? Nur weil ich schwarz bin? Das ist rassistisch. Dann sagt er, er wäre nicht sein Bein verdreht. Da gibt es ja auch noch was zu machen. Nimm mal diese Ninja. Und da haben wir schon nichts getrunken. Jetzt gehen wir hier Zappralotti! Ey! Ich bin noch ausgewichen. Warum hat es nicht meinen Imprompt genommen? Lass es beleidigen. Eine arme Mama. Bleib mir nicht so rassistisch. Ich will die coolen Kids sagen. Oha! Shit! Und guck mal da! Mein Schwert. Dann halt dich mal näher, ne? Guck mal. Ich geh schon bei H&M kaufen. Ach, ein Gorma hier. Der Konterfenster bei denen ist so klein im Vergleich zu den anderen. Demps. Voll auf die 12! PAM! Voll in die fest! Was ist die Uhrzeit? Ey, wir sind echt gut in der Zeit dran. Efter könnten wir es hatten. Efter könnten wir es hatten. Efter könnten wir es hatten.